Eigentlich wollte ich jetzt hier parken, aber dick parken hat sich das irgendwie ein bisschen verlassen gestartet, als ich mir das vorgestellt habe. Und zwar sitze ich nämlich fest. Richtig schön dick fett drinnen oder die ganze scheiß Karre liegt auch. Na ja zum Glück habe ich einen Klappspaten dabei, jetzt werde ich mal versuchen, ob ich dieses Fahrzeug da noch raus bekomme. Ich hoffe, da komme ich jetzt raus. So ein kleines Stück hat er sich jetzt bewegt. Aber wir sitzen halt noch voll in der Schuße. Das sieht nicht so gut aus. Na ja, dann versuchen. Den nächsten Film werde ich wohl im Keller nehmen. Der Schatz. Der Schatz. Es geht jetzt schon seitdem Ich stehe. Der Schatz. Der Schatz. Der Schatz. Der Schatz. Der Schatz. Der Schatz. Bis zum nächsten Mal.